Beim Finale kommt Marinette mit einem wunderschönen Kleid auf den Ball. Leider haben wir eine solche Szene in der Originalserie nicht gesehen. Sie findet Adria und spricht ihn als Cat Noir an. Als sie ihm offenbart, dass sie seine Identität kennt, entblößt sich Marinette und verrät, dass sie Ladybug ist. Das Liebesquadrat endet und nun kennt sie sich und ihre Geheimnisse. Sie küssen sich fast, aber die Sequenz endet davor.